Amanda Plankenstein Die drei Freunde Gelesen von Jasmin Stab Der kleine Beppo war ein Italiener. So glaubte wenigstens jedermann. Denn in Venedig erblickte er zuerst das Licht der Welt. Ganz italienisch sah er aus mit seinen großen schwarzen Augen, welche so mutig in die Weite schauten, mit dem dunklen, lockigen Haar und dem olivenfarbigen Gesicht. Wer seine Eltern gewesen waren, wusste er selbst nicht. Gleich vor Hunger und Müdigkeit hatte man vor zehn Jahren seine Mutter eines Abends aus der Gondel in ein kleines Haus gebracht. Der Gondelier erzählte seiner warmherzigen Frau, welche eine Österreicherin war, dass die Fremde mit dem Dampfschiff angekommen und in sein Fahrzeug gestiegen sei. Bei der Frage, ob ihr Gepäck auf dem Dampfboot geblieben, konnte sie ihm kaum antworten, dass sie es unterwegs verloren und hier zurückzuerhalten hoffe. Da sei sie totenbleich geworden und zurückgesunken. Der Mann dachte sich es gleich, dass Mangel an Nahrung die Ohnmacht herbeigebracht habe und entschloss sich, die Kranke in sein Haus zu bringen, wo es ihr an Pflege nicht fehlen solle. Wenige Tage darauf erzählte die Frau des Gondoliers ihren hoch aufhorchenden Kindern, dass in der vergangenen Nacht bei der fremden Frau ein Knäblein angekommen sei. In der Wiege, wo vor einem Jahr noch ihr jüngstes Brüderchen gelegen hatte, erblickten die Kleinen ein winziges Geschöpfchen. Schön war es nicht, über und überrot, das Gesichtchen wie das eines alten Mannes, voller Runzeln, so dass die Kinder meinten, es hätte wohl dürfen hübscher sein. Trotzdem hatten sie den kleinen Fremdling tief in ihre Herzen eingeschlossen. Jeder von den Fünfen wollte für ihn sorgen. Und besonders, als sie kurze Zeit darauf die Trauerbotschaft vernahmen, dass der arme Kleine seine Mutter verloren habe, erklärten sie sich gleichbereit, den Bambino, wie in Italien kleine Kinder heißen, an Kindes statt anzunehmen. Der gute Gondolier und dessen Frau besonnen sich nicht lange. Der liebe Gott, meinten sie, habe das arme Würmchen ihnen ins Haus geschickt, und solange sich keine bessere Unterkunft für dasselbe finde, solle es alles mit den eigenen kleinen Teilen. Der Herr würde schon dafür sorgen, damit die bisher oft kerkliche Kost so weit reiche. Alle Nachforschungen blieben erfolglos. Niemals hatte man erfahren, wer die arme Frau gewesen sei, welche der Schiffer in sein Haus aufgenommen. Ihr Gepäck war verloren gegangen und mit ihm wahrscheinlich alles Geld, und da sie vor ihrem Tod keine Aufklärung geben konnte, wusste man nicht, wo man danach forschen sollte. In ihren Taschen fand man keine Briefe, nichts, was Licht hätte auf die Sache werfen können. Das Kind wurde Beppo getauft und ihm der Beiname Chiaro gegeben. Die Zeit verstrich, und der Knabe hielt sich für des Gondoliers Sohn. Wurde doch zwischen ihm und den anderen Kleinen kein Unterschied gemacht. Er erfuhr dieselbe Pflege, dieselbe Zärtlichkeit wie seine vermeintlichen Geschwister. Erst vor zwei Jahren hatte er die Wahrheit erfahren, als der gute Gondolier auf dem Sterbebett lag. Dessen Frau war einige Monate früher gestorben. Der Pflegevater erzählte dem schluchzenden Bambino, was sich vor acht Jahren zugetragen hatte. Und überreichte ihm den Hochzeitsring seiner Mutter, worin inwendig zwei Buchstaben eingegraben waren und ein kleines Kreuzchen, welches die Verstorbene um den Hals getragen hatte. Dem Gondolier machte des Knaben Zukunft großen Kummer. Die eigenen Kleinen wusste er versorgt. Denn sein Bruder hatte ihm versprochen, dieselben nach Mailand mitzunehmen, wo der Onkel wohnte und ein gutes Geschäft besaß. Was sollte aber aus dem Bambino werden? Du hast niemanden auf der weiten Welt, du armer Kleiner, hatte der Pflegevater gesagt, indem ihm die hellen Tränen an den Backen herabflossen. Aber gerade die, welche niemanden auf Erden besitzen, für sie zu sorgen, die dürfen desto sicherer auf Gottes Hilfe bauen. Er wird dich segnen, mein Junge, er wird dich führen, er wird dich nie verlassen. Beppo dachte eben über die Worte nach, als er neben dem großen Kanal stand, die Hände in den Hosentaschen, die schwarzen, ernsten Augen auf das tiefe, blaue Meerwasser gerichtet. Zwei Jahre waren vergangen, seitdem der Gondolier die Worte gesprochen hatte, und doch besaß Beppo immer noch auf der weiten Welt niemanden, der für ihn sorgte. Aber der Pflegevater hatte Recht gehabt. Gott verließ ihn nie. Oh, es waren harte Stunden für den verwaisten Knaben gewesen, als man die Leiche seines Pflegevaters in einer Gondel fortbrachte, denn in Venedig gibt es meistens nur sehr enge Gassen, wo manchmal drei Menschen nicht nebeneinander hergehen können. Die Stadt wird von Kanälen durchzogen, wo das Meerwasser die Häuser trennt, und die schlanken, zierlichen Gondeln Menschen und Güter hin und her befördern. Der Onkel hatte seine Neffen und Nichten mit fortgenommen. Diese erklärten unter heftig strömenden Tränen, dass sie ihren Bambino nicht verlassen wollten. Aber sie mussten es schließlich doch tun, als der Bruder ihres Vaters ihnen klarmachte, dass er nicht mehr als sechs Kinder in sein Haus aufzunehmen vermöge. Mit seinen wenigen Habseligkeiten und einer kleinen Summe Geldes, welches er von dem Bruder seines Pflegevaters erhalten hatte, überschritt Beppo damals die Schwelle des leer gewordenen Häuschens. Und niemals fand er seitdem ein Obdach. Wie so manche andere arme Menschen in Venedig suchte er sich nachts eine Zufluchtsstätte, so gut es ging, unter dem Portal einer Kirche oder unter der Wölbung einer Brücke. Ein Plätzchen fand sich bis jetzt immer für ihn. Ihm war nie bange geworden, denn wenn er morgens die Augen nach einem ununterbrochenen Schlaf aufschlug, erblickte er den Himmel über sich und abends schauten die Sterne zu ihm herunter. Und wenn auch Wolken diese bedeckten, der Kleine wusste doch, dass dort oben sein himmlischer Vater wohne, der ganz besonders für ihn sorgen wolle, weil er sonst niemanden auf der weiten, weiten Welt besaß. Ja, er hatte niemanden hinieden, welcher für ihn sorgte, aber zwei Freunde blieben ihm doch. Zwei Freunde, die ihm so wert waren, dass er sie nicht hergegeben, wenn man ihm alle Reichtümer der Erde dafür angeboten hätte. Als damals der Kleine mit schwerem Herzen aus dem leer gewordenen Haus weggezogen war, welches der Eigentümer hinter ihm abschloss, da ging er stundenlang in der Stadt umher. Menschen genug wogten neben ihm auf und ab, aber keiner hatte einen Blick, ein freundliches Wort für das verwaiste Kind. Da ward der Abend hereingebrochen, und er betrat die breiteste Straße Venedigs, welche vom Markusplatz aus sich längst des großen Kanals hinzieht. Traurig sah der Kleine die hohen Häuser an, wo auf den vielen Balkonen reich gekleidete Menschen standen. Diese hatten alle ein Unterkommen. Aber wo sollte das arme Kind hin? Als Beppo daran dachte, fingen seine Tränen an zu fließen. Und immer wehmütiger wurde es ihm um das Herz, so dass er endlich laut schluchzend sein Gesicht mit beiden Händen bedeckte. Plötzlich fuhr er in die Höhe, denn er fühlte, wie jemand ihn an der Schulter packte. Ein Mann sah ihn mitleidig an, ein Mann mit struppigem Haar und mit zerrissenen Kleidern. Beppo hatte ihn schon häufig gesehen, fast die ganze Stadt kannte ihn. Es war der arme Antonio, ein Verrückter, der aber, weil er vollkommen unschädlich, frei herumgehen durfte. Die Behörden hatten oft aus Mitleid dem beklagenswerten Menschen eine Unterkunft in einem Armenhaus angeboten, wo er sorglos leben konnte. Aber Antonio hielt es nie mehr als ein paar Stunden dort aus. Ihm war es unter einem Dach zu eng. Unter Gottes freiem Himmel fühlte er sich allein behaglich. In dem südlichen Klima, wo es nur im Winter manchmal auf kurze Zeit etwas kalt wird, vermögen Menschen ein solches Leben zu führen. »Warum weinst du?« frug Antonio. Und Beppo war gleich bereit, seine Lebensschicksale zu erzählen. Der arme Nava verstand bei weitem nicht alles, was ihm mitgeteilt wurde. Aber so viel begriff er doch, dass Beppo unglücklich sei, weil er nicht wusste, wo er die Nacht schlafen sollte. Das schien sehr merkwürdig. Solange es Brücken und Kirchenpforten gab, meinte Antonio, brauche man sich deshalb keine Sorgen zu machen. Er schlug dem Kleinen vor, seine Schlafstätte zu teilen. Und dankbar nahm Beppo das Anerbieten an. Seitdem hatten die beiden keine Nacht fern voneinander zugebracht. Des Tags über zog der Knabe in der Stadt herum, stets bemüht, Geld für sich und seinen Freund zu verdienen. Die Augen immer offen, damit er keine Gelegenheit unbenützt vorübergehen lasse. Beppo hatte manches von seinem Pflegevater gelernt. Er konnte ausgezeichnet rudern und ein Fahrzeug lenken. Oft stand er einem Gondolier darin bei. Hatte er sich etwas Geld verdient, dann kaufte er sich Kastanien, Orangen oder anderes Obst, je nach der Jahreszeit, und bot sie feil. Oder er trug einem Fremden Pakete nach Hause. Etwas fand sich fast immer. Betteln wollte er nie. Denn sein Pflegevater hatte ihm immer dringend eingeschärft, das nicht zu tun, solange ihm die Kraft bleibe, durch Arbeit sein Leben zu fristen. Gottes Segen ruht auf dem Fleißigen, sagte der Gondolier oft, aber der Faule darf auf seine Hilfe nicht hoffen. Alles, was Beppo erhielt, brachte er Antonio, und zusammen berieten sie, was sie anschaffen sollten. Große Sorgen machte ihre Haushaltung ihnen freilich nicht. Denn in Italien gibt es überall Garküchen, wo man zubereitete Speisen kaufen kann. Und die beiden waren sehr bescheiden in ihren Ansprüchen. Keinem König, keinem Kaiser schmeckte es besser, als ihnen ein Schnitt Wassermelone, eine Orange oder eine Zwiebel mit einem Stück Brot, welche sie auf einer Treppe sitzend verzierten. Der schönste Tag der Woche war für Beppo immer der Sonntag. Dann wuschen sie sich frühmorgens sorgfältiger als sonst im Meerwasser. Und der Knabe versuchte sich und Antonio abzubürsten, damit ihre Kleider ein festtägliches Ansehen bekämen. Sich und dem Freund steckte er als dann eine Blume in den Hut und die beiden zogen in die Kirche, um Gott für alle Wohltaten der vergangenen Woche zu danken. Oft sprach der Kleine mit seinem Freund von dem vielen, was er vom Pflegevater gelernt hatte, besonders ehe sie schlafen gingen. Und dann bat er Antonio mit ihm niederzuknien und sein Gebet zu sagen. Der arme Verrückte saß immer, während Beppo erzählte Mäuschen still da. Nur dann und wann hob sich sein wirrer Blick fragend himmelwärts. Er antwortete nichts, aber soviel begriff er doch, dass da oben ein Vater lebe, der auch ihn lebe, und dass dieser Vater seinen einzigen Sohn auf die Erde herabgesandt habe, damit er alle Menschen zu Gott bringe. Nur wenig begriff er, aber das Wenige war genug, um ihn vollkommen glücklich zu machen. Antonio zeigte sich immer zufrieden und heiter. Auf dem harten Steinlager hörte man ihn morgens gleich den Vögeln schickte er dem großen gütigen Schöpfer ein Jubel zum Himmel empor. Es waren auch Tage gewesen, wo Beppo keinen Verdienst fand und das Geld so gar nicht dazu reichte, um ihre bescheidenen Ansprüche zu befriedigen, so dass auch Antonius sonst so fröhliches Gesicht ernst wurde. Betteln wollte er als dann nicht, denn er wusste, dass sein kleiner Freund es nicht liebe, doch still stellte er sich an einem der vielen Gasthöfe auf, und obgleich die Lippen schwiegen, sprachen seine Augen. Gar mancher Bissen wurde ihm als dann zugesteckt, und die Leute kannten ihn und jeder fühlte Mitleid für den armen Mann. Was er so bekam, aß er nie gleich, so sehr ihn der Hunger auch peinigte. Denn Beppo musste das Beste haben. Sein geliebter Beppo, welcher für ihn wie ein Vater für sein großes Kind sorgte. Nie jubelte der arme verrückte lauter, als wenn sein kleiner Freund morgens zu ihm sagte, heute ist Sonntag, Toni, wir müssen uns ganz besonders schön machen. Wie feierlich war ihm zumute, wenn er mit Beppo in dem großen Haus stand, welches die Leute eine Kirche nannten. Er wusste nur, dass es Gott gehöre und dass der Herr hier alle Gebete ganz besonders erhöre. Wenn es irgend anging, dann mussten Antonio und Beppo dem Sonntag zu Ehren Macaroni haben. Eine köstlich dampfende Schüssel aus der Garküche, welche sie dort stehend leerten. Dann zogen sie hinaus in den öffentlichen Garten, welcher vom Wasser umringt ist. Ein Garten mit großen Bäumen und bunten Blumen. Das wussten die beiden zu schätzen, welche sonst die ganze Woche hindurch nichts sahen als Kanäle und enge Gassen, Haus neben Haus und nichts Grünes dazwischen. Unermüdlich schritten die Freunde hin und her, jeden Baum, jede Blume bewundernd. Was aber allemal Antonios Herz mit neuem Entzücken erfüllte, das waren die paar Pferde, welche hier gehalten wurden. Denn in Venedig sieht man diese Tiere sonst nie. Kamen die Reiter an den Beiden vorüber gesprengt, dann hatte Beppo oft Mühe, seinen Begleiter in Zaum zu halten, damit er kein Freuden Geheul ausstoße und so, wie er es schon einmal verursacht, die Tiere scheumache. Schwach konnte sich Antonio noch eines Tages erinnern, welcher der glücklichste seines Lebens gewesen war. Da hatte ein gutmütiger Gondolier, als er Beppo zum Rudern aufgefordert, dessen Freund mit nach dem Lido genommen, wo vornehme Leute Seebäder nahmen. Da, Wunder aller Wunder, gab es, was Antonio noch nie erblickt hatte, einen Wagen mit einem Esel bespannt, worin man für wenige Soldi von einer Seite des schmalen Landstreifens zu anderen fahren kann. So weit verstiegen sich die Wünsche der Beiden nicht, mitfahren zu dürfen. Aber das nur anzusehen war schon Freude genug. Kehrten die Freunde von einem Ausflug zum öffentlichen Garten zurück, dann klagten sie nicht über ihr hartes Lager. Mit leuchtenden Augen knieten sie nieder und danken Gott für die große Freude, welche er ihnen beschert hatte. Sie wussten, dass der, welcher so gerne Gutes seinen Kindern schickt, sie beschützen werde vor allen Gefahren der Nacht. Suchte Beppo abends seine Schlafstätte auf, dann fand er seinen anderen Freund. Eine Taube. In Venedig spielen die Tauben eine große Rolle. Keiner darf ihnen schaden. Ja, es steht sogar eine Strafe von 100 Lire darauf, wenn man sie zu töten sucht. Sie erhalten regelmäßig ihr Futter und abends, wenn man an den Gebäuden des Markusplatzes oder auch in den übrigen Teilen der Stadt, besonders an den Kirchen hinsieht, erblickt man sie in Reihe und Glied fest schlafend, den Kopf unter dem Flügel geborgen. Beppo liebte alle Tiere, aber ganz besonders die Vögel und er besaß eine eigentümliche Leichtigkeit sie zu zähmen. So hatte sich eine der Markus Tauben, wie man sie nennt, sie sind alle hellgrau und sehen sich sehr ähnlich, zu den beiden gesellt, kehrten diese abends an die Kirchenpforte zurück, dann flog ihnen Teta, wie Beppo sie benannt hatte, willkommenheißend entgegen und drückte ihre Freude durch Flügelschlagen aus. Schlief der Knabe ein, dann ließ sich Teta auf seine Brust oder seine Schulter nieder, gleich einem Schutzgeist und sanft ruhten alle drei bis zum Morgen. Oben blitzten oft die Sterne in dem tief blauen Himmel und über diesem wachte das treue Vaterauge ihres Gottes, der mit gleicher Liebe an alle denkt, sie mögen nun auf weichen Kissen ruhen oder so arm sein, dass sie kein Dach haben, unter dem sie Zuflucht suchen können. Beppo stand auf dem großen Markus Platz, welcher von prächtigen Gebäuden umringt ist und an dessen einer Seite die wunderschöne Markus Kirche steht. Die Sonne schien hell, aber es blies ein scharfer Nordostwind. So kalt konnte Beppo sich nicht erinnern, dass es jemals vorher in Venedig gewesen sei. Er war, was fast nie geschah, die Nacht zitternd aufgewacht und hatte sich dann auf Antonio gelegt, der fest schlief, damit er den Armen warm halte, denn dieser, meinte er, sei nicht so jung und so stark wie er. Er zählte ja schon 25 Jahre und Beppo befürchtete immer, der Freund könne sich erkälten. Es war jetzt nicht mehr weit von zwei Uhr. Der festgesetzten Stunde, wann die Markustauben gefüttert werden. Die Tiere kennen die Zeit vollkommen, sobald die ehrenen Glockenzungen dieselbe von den Türmen herabverkünden, dann sieht man von allen Richtungen die Vögel herbeikommen und erwartungsvoll lassen sie sich auf den Palästen nieder, bis das Getreide ausgeschüttet wird, über das sie begierig herfallen. Beppo fand sich oft zu der Stunde hier ein, denn eine große Anzahl Fremder versammelt sich, um das Schauspiel mit anzusehen, und als dann waren viele, besonders Damen, gern bereit, Beppos Maiskörner abzukaufen, um die Tiere zu füttern. In einem Körbchen lagen die verschiedenen Päckchen. Er hoffte heute Glück zu haben. Morgen war ja Sonntag, und es galt für zwei Tage Geld verdienen, und noch dazu hofften die Freunde es reiche zu Macaroni. Plötzlich stutzte Beppo, denn er hatte aufgeblickt, und ein Bild bot sich seinen Augen da, so wunderschön, dass er zu träumen glaubte. In der Mitte des Platzes stand ein reizendes kleines Mädchen, deren goldblonde Haare in glänzenden Locken ihr rosiges Gesichtchen umgab. Dem Kind war erzählt worden, wie zahm die Tauben seien, wie willig sie sich füttern ließen, und die Kleine hatte Brosamen hingeworfen. Eilig flatterten die Vögel herbei und pickten das Futter auf. Doch als in ihrer Freude die Kleine zögerte, flogen die Tauben ihr auf die Schultern, auf die Hände, auf den Kopf sogar, und versuchten, das Brot zu erhaschen. Glückselig rief das Kind ihre Gouvernante herbei und schlug die Hände zusammen. Die Vögel flohen nur auf einen Augenblick und kehrten gleich zurück, in ihrer Hast eine auf den Rücken der anderen kletternd, so dass sie immer wieder das Gleichgewicht verloren und herabfielen. Die Kleine teilte alles mit, was sie besaß, dann trübten sich ihre großen blauen Augen, welche vorher von Glück gestrahlt hatten. Wollen sie nicht diese Maiskörner hier kaufen, Signorina? frug daneben ihr eine schüchterne Stimme. Die Tauben fressen sie noch lieber als Brot. Das Kind sah erst den Knaben erstaunt an. Doch dann bat sie die Gouvernante, sein Anerbieten annehmen zu dürfen. Die Dame erklärte sich gleich bereit, ihrem Pflegling eine Freude zu gewähren. Beppo hatte Recht gehabt. Noch eifriger als vorher flatterten die Vögel herbei. Doch eines machte der Kleinen Sorge. So zutraulich sie auch waren, haschen ließen sie sich nicht. Streckte man nur die Hand nach ihnen aus, dann ergriffen sie die Flucht. Der Knabe merkte, warum des schönen Kindes Gesicht düsterer wurde und sich plötzlich umblickend stieß er einen grellen Pfiff aus. Täter, meine Täter, bist du da? rief er. Vom Palast gegenüber kam der Liebling herbeigeflogen und ließ sich auf Beppos Schulter nieder. So, die lässt sich anfassen, sagte er, die Taube in des kleinen Fräuleins Hände legend. Die tut alles, was ich sie heiße, setzte er stolz hinzu. Täter ist meine Freundin, sie schläft bei mir jede Nacht. Wo wohnst du denn? frug die Kleine in ihrem gebrochenen Italienisch. Ich wohne nirgends. Nirgends? Des Mädchens große Augen öffneten sich weit. Sie traute ihren Ohren nicht. Das heißt, ich schlafe unter der Kirchenpforte an der Riva dort. Da wohnen auch wir im Gasthaus, sagte die Gouvernante. Doch ich möchte etwas Näheres von dir hören. Komm Elsa, wir setzen uns da unter die Arkaden hin. Und dann kannst du es uns sagen, Kleiner. Dazu war Beppo gern bereit. Er erzählte, wie seine Mutter bald nach seiner Geburt gestorben sei. Und dass der Gondolier ihn an Kindesstatt angenommen habe. Alle seine Schicksale berichtete er haarklein, seine Stimme zitterte, als er von dem Tod seines Pflegevaters sprach. Und wie leid es diesem getan habe, dass er dem armen Bambino nichts geben könne, als den Hochzeitsring und das Kreuzchen, welche dessen Mutter getragen habe. Die Dame und ihr Pflegling sie hergekommen waren, um die Tauben füttern zu sehen. Sie konnten nur auf des Knabens Lebensbeschreibung lauschen. Und Elsa drückte die Taube, welche sie noch immer in ihren Händen hielt, immer fester an sich, indem sie dann und wann sich herabbeugte, um das weiche Köpfchen zu küssen, indem die dunklen Augen so hell und wurchtlos blitzten. Die Kleine dachte ihren Geschwisterchen ergangen, waren sie doch vor jedem rauen Lüftchen bewahrt worden. Sie hatten zu jeder Zeit reichlich zu essen gehabt, ohne dass sie sich darum zu kümmern brauchten. Und doch, wie oft hatten sie und Hermann und Karl geklagt. Und du bist nicht unglücklich gewesen? frug Elsa endlich, als Beppo seine Erzählung beendet hatte. Erstaunt schüttelte der Knabe den Kopf. Nein, gewiss nicht. Warum sollte ich unglücklich sein? Der liebe Gott sorgte immer für mich. Der Pflegevater hatte recht. Ich muss ihm immer dankbar sein. Elsa senkte das blonde Köpfchen und ihre Bäckchen wurden purpurrot. Sie musste sich wieder sagen, dass sie bis jetzt Beppo nicht geklichen habe. In dem Augenblick sprach sie ein Mann an. Wollen Sie nicht Caramelli kaufen, Signorina? rief er. Gute Caramelli. Caramelli sind verzuckerte Früchte, welche in Venedig feilgeboten werden. Da sieht man an dünnen Holzstäbchen Feigen, Birnen, Kirschen, Rosinen, Orangenschnitten in Reih und Glied befestigt. Oh, Fräulein, rief Elsa. Ich möchte Caramelli kaufen. Papa schenkte mir Geld, ehe ich ausging. Beppo muss welche haben. Erlauben Sie es? setzte sie in deutscher Sprache hinzu. Ich glaube, dem Knaben wäre etwas zu essen lieber, antwortete die Gouvernante in Italienisch. Ist das nicht wahr? Des kleinen Gesicht hatte geleuchtet und nun trübte es sich. Nein, er will lieber Caramelli haben. Habe ich nicht recht, Beppo? Ich soll sie dir kaufen. Nur ein Stängelchen, Signorina, wenn es nicht so viel kostet. Antonio möchte so gern eins essen. Neulich sagte er noch, er hoffe, dass er einmal in seinem Leben Caramelli kosten dürfe. Er soll sie haben, jubelte Elsa. Aber du auch. Nein, ich nicht. Danke, ich will lieber nicht, sie sind zu teuer. Aber, oh, wenn Antonio sie bekommt, dann werde ich gar zu glücklich sein. Das ist schön von dir, dass du an ihn denkst und dich vergisst ist, sagte die Gouvernante und sie hielt Elsa nicht länger von ihrem Vorhaben ab. Doch wir haben noch ein Geschäft abzumachen. Wir müssen dir deine Maiskörner bezahlen. Und was dir da übrig bleibt, wollen wir auch noch für die Tauben kaufen. Ist dir das genug, wenn wir dir eine Lira dafür geben? Eine Lira? rief Beppo erschrocken. Genug? Oh, das ist viel zu viel. Ich fordere nie mehr als eine halbe dafür. Die Gouvernante holte aus ihrer Brieftasche eine Papier Lira hervor. Da, nimm sie, sagte sie. Was zu viel ist, schenken wir dir gern. Kaufe dir dafür zu den Macaroni morgen ein paar Schnitte Fleisch in der Garküche. Fleisch. Nur einmal in seinem Leben hatte Beppo welches gegessen. Und das war bei der Taufe des jüngsten Kindes seines Pflegevaters gewesen. Seine Lippen vermochten nicht, den Dank zu stammeln. Wir bleiben längere Zeit in Venedig, sagte die Gouvernante. Und da hoffen wir dich noch einmal zu treffen. Also auf Wiedersehen, mein guter Beppo. Da hast du deine Täter, sagte Elsa. Ich werde immer aus dem Fenster sehen. Du weißt, wo wir wohnen. Und dann können wir uns zunicken. Ich werde dem Papa alles erzählen. Beppo sah den beiden lange nach. Das Herz tat ihm so weh, als ob er von alten Freunden scheide. Dann fuhr er aber plötzlich in die Höhe. Denn ihm fielen die Karamelli und das viele Geld ein. So viel hatten er und Antonio noch nie besessen. Das war ein Jubel, als Beppo seine Reichtümer dem Freund heimbrachte. Aber dieser wollte durchaus nicht zugreifen, wie der andere es von ihm erwartet hatte. Beppo sollte alles teilen, und der Knabe konnte sich nicht sträuben, als Antonio die schönsten, größten, verzuckerten Früchte für ihn aussuchte, und ihm erst mit strahlenden Augen zusah, wie er sie verzehrte, ehe er die eigenen anrührte. Beppo hatte kein Wort der Widerrede, weil er sah, wie glücklich das den armen Freund machte. Einige Tage waren vergangen. Wie so oft seit kurzem, wenn er eine freie Stunde hatte, stand Beppo an der Riva, der breiten Straße neben dem großen Kanal, und schaute sehnsüchtig nach dem Gasthaus hinüber, wo die kleine Elsa wohnte. Neben ihm saß auf einem Steinhaufen Antonio und blickte den Freund manchmal wehmütig an. Es war ihm unmöglich, viel nachzudenken, aber er fühlte dunkel, dass er nicht mehr der Erste, Beste für Beppo sei, dass sich in dessen Herz eine reizende kleine Gestalt eingeschlichen und den armen Antonio dort beiseite gedrängt habe. Beppo hatte dem Freund oft alles erzählt, ihm jedes Wort wiederholt, welches er mit dem hübschen kleinen Mädchen und deren Gouvernante gewechselt und seine Erzählung stets mit Elsas Worten beendet, Ich werde immer aus dem Fenster sehen, du weißt, wo wir wohnen und dann können wir einander zunicken. Aber in den fünf Tagen, obgleich Beppo oft wie jetzt hinaufgeblickt hatte, war auf den Balkonen, wovon einer sich vor jedem Fenster befindet, niemand erschienen, den er kannte. Es ist umsonst, Toni, sagte er nun traurig. Ich werde sie nie wieder sehen. Er stockte plötzlich, denn Toni stieß ihn mit dem Ellenbogen an und erstaunt schaute Beppo zu dem Freund hinüber, dessen Augen blitzten vor Freude und aufgeregt deutete er nach dem Gasthaus hin. Das muss sie sein, sie hat goldene Haare und blaue Augen, rief er ein über das andere Mal, indem er vor Vergnügen wie ein Kind laut lachte. Ja, das war und sie nickte den beiden zu, indem sie zu gleicher Zeit mit dem Taschentuch winkte. Dann rief aber eine Stimme plötzlich vom Fenster her und Elsa verschwand im Zimmer. Toni konnte sich gar nicht beruhigen. Er war so glückselig, scheinbar viel glücklicher als der Freund. Denn dieser war still in seiner Freude. Beppo, komm her, du kannst dir etwas Geld verdienen, rief ein Gondolier, welcher eben mit seinem Fahrzeug neben der Riva dem Gasthaus gegenüber anhielt. In dessen Dienst hatte der Knabe schon manchen Soldo erworben. Und so sprang er jetzt eilfertig hinzu, nachdem er seinem Freund rasch ein »Leb wohl bis heut Abend« zugerufen hatte. »Eine Herrschaft aus dem Gasthaus drüben hat mich bestellt«, sagte der Gondolier. »Sie wollen nach dem Lido fahren. Bei dem weiten Weg würde mir das Rudern zu viel werden. Da kannst du mir helfen. Überdies glaube ich, dass der Wind sich später erhebt. Beppo brauchte nicht zweimal dazu aufgefordert zu werden. Er war sehr groß und stark für sein Alter und so wurde ihm die Arbeit nie zu schwer. Erwartungsvoll setzte er sich an dem einen Ende der Gondel hin und blickte in das tiefe blaue klare Wasser, wo die Fische so lustig hin und keiner krebs auf trollige Weise seitwärts hinaufzuklettern versuchte, aber immer wieder herabpurzelte. Da bist du ja, Beppo, rief eine helle Kinderstimme. Oh, Fräulein, da ist Beppo. Der Knabe traute seinen Auge nicht. Da standen Elsa, deren Gouvernante und ein großer Herr. Das war die Herrschaft, welche er mit dem Gondolier hinüber nach dem Lido rudern sollte. Wer ist der Kleine? frug der Herr erstaunt in deutscher Sprache. Sie waren in den letzten Tagen so beschäftigt, dass wir ihnen noch nicht unser Abenteuer von neulich mitteilen konnten, antwortete die Gouvernante. Ach ja, sagte der Herr mit einem tiefen Seufzer. Ich bin freilich sehr beschäftigt gewesen, wenn es nur etwas nützte. Ich glaubte, so fest die Spur aufgefunden zu haben, meinte, ich sei endlich am Ziel. Aber jetzt ist die Geschichte nur noch dunkler als je zuvor. Gott wird gewiss helfen, ihm müssen wir es überlassen, wo wir nichts weiter zu tun vermögen. Ja, ja, haben recht. Doch erzählen sie mir von dem Knaben. Er hat ein so interessantes Gesicht, ich muss irgendwo jemanden gesehen haben, der ihm sehr ähnlich war. Seine Züge kommen mir so bekannt vor. Sie hatten sich gesetzt und der Gondolier stieß vom Ufer ab. Da erscholl vom Lande her ein lautes Freuden Geheul. Betroffen blickten alle dahin. Antonio tat eben einen hohen Sprung dem Himmel entgegen und focht wie unsinnig mit den Armen in der Luft herum. Was hat ihr? fragte Elsa, sich erschrocken Beppo zuwendend. Der liebe Toni, er freut sich, entgegnete der Knabe gerührt. Er ist immer seelenvergnügt, wenn mir etwas Gutes geschieht. In Beppos Herzen jubelte es aber auch. Er hätte wie sein Freund laut aufjauchzen mögen. Noch nie hatte er so gut gerudert. Die zierliche Gondel, deren vorderste Spitze mit eigentümlich geformten Stahlsiraden versehen war, flog über das Wasser hin. Man hatte das schwarze Dach entfernt, unter dem man bei Regenwetter Schutz suchen kann, und still saß der Herr neben der Gouvernante da. Diese erzählte Haarklein Beppos Schicksale, und immer nachdenklicher wurde des Zuhörers Gesicht. Sein Kopf war auf die Hand gestützt, und er merkte nichts von dem, was um ihn her vorging. Elsa lauschte lange Zeit zu, dann wollte sie sich aber von der Seite ihrer Gouvernante wegschleichen. Diese hielt plötzlich mit ihrer Erzählung inne. Nimm dich in meinte sie, erinnere dich, wie gefährlich es hier ist, du könntest leicht über Bord fallen. Sei gehorsam, vergiss nicht, wie oft du wegen Ungehorsam bestraft worden bist. Nur weiter, unterbrach sie der Herr begierig, damit ich das Ende vernehme, wir sind dem Lido nah, und ich möchte vorher alles wissen. Elsa hatte sich wieder gesetzt, aber es trieb sie zu Beppo hin, welchen sie gern sprechen wollte. Sie blickte sich verstohlen um. Ihr Vater hörte gespannt der Gouvernante zu. Der Fischer dachte nur an sein Rudern und summte leise ein Lied vor sich hin. Des Knaben Augen allein waren auf sie gerichtet. Das Fräulein hatte dem Kind den Rücken zugekehrt. Um leicht zu Beppo hinzukommen, brauchte Elsa nur hinter der Gouvernante her, auf der Bank vorbeizuklettern. Sonst konnte sie bemerkt werden. Es galt schnell sein, keine Minute verlieren, damit Papa oder das Fräulein es nicht bemerkten und sie dann von ihrem Vorhaben abhielten. Mit einem Satz sprang sie hinauf. Beppos Herz stand still vor Entsetzen. Signorina, Signorina, rief er in die Höhe fahrend, denn er sah wie das Kind, das Gleichgewicht verlierend, seitwärts wankte. Ein lauter Schlag ins Wasser. Der Herr und die Gouvernante sprangen auf. Sie sahen, wie Beppo, ohne sich zu besinnen, die Stiefel und die Jacke abwarf und sich dann ins Meer stürzte. Wo ist Elsa? Um Gottes Willen, wo ist Elsa? schrie der Vater. Beppo ist ihr nach, sagte der Fischer. aufs Wasser deutend. Der Knabe wird auch ertrinken, ohne ihr zu nützen. Oh, helfen Sie, helfen Sie, wenn ich nur schwimmen könnte. Mein Kind, mein geliebtes Kind. Und er rang verzweiflungsvoll die Hände. Beppo ertrinken? Der ist ja eine wahre Wasserratte. Machen Sie sich seinetwegen keine Sorgen. Und der Mann hatte Recht. Bald erschien des Knaben Kopf über dem Wasser. Auf seiner Schulter lag wie blitzendes Gold Elsas schönes Haar. Das Kind war bewusstlos. Aber fest hielt Beppo Beppo mit Beppo mit dem Arm an sich. Er war mit dem Wasser ebenso vertraut wie mit dem Land. Von dem Gondolier hatte er das Schwimmen nicht viel später als das Gehen gelernt. Bald konnte der Herr sein einziges Töchterchen gerettet an sein Herz drücken. Dieses Mal war dem Kind für seinen Ungehorsam eine schwere Strafe geworden. Das wurde ihr recht klar, als sie die Augen aufschlug und in ihres Vaters bleiches Gesicht blickte, welches plötzlich froh aufleuchtete. Gott sei Dank, murmelten seine weißen Lippen. Oh Kind, du hast mir schwere Augenblicke bereitet. Gott sei ewig Dank für seine Rettung. Und auch dem guten Knaben da. Fuhr er fort, sich Beppo zuwendend, der triefend vor Nässe neben ihm dastand und nun glücklich war, weil er das kleine Mädchen zum Bewusstsein zurückgekehrt sah. Die Gouvernante nahm Elsa dem Vater ab, um an dem Ende der Gondel dieselbe zu entkleiden und sie in die mitgebrachten Schals zu hüllen, damit das zarte Kind sich nicht erkälte. Junge, du musst auch die Kleider wechseln. Kennen sie am Lido niemanden, der dem Knaben einen trockenen Anzug geben kann? Sehen sie nur, wie nass er ist und wie blass er dasteht, redete der Herr den Gondelier an. Doch dann stockte er plötzlich und blickte unverwandt auf die Brust des Knaben hin. Der Knopf des Hemdes war aufgegangen es der Kleine immer darunter trug. Der Herr trat eilig vor, ergriff es und starrte es an, indem die Farbe rasch in seinen Wangen wechselte. Wo hast du das her, Kind? stammelte er. Und seine zitternden Lippen vermochten kaum die Worte zu sprechen. Mein Gott, das ist ja das Kreuz, welches ich meiner Schwester gab, als sie noch ein Kind war. Es ist nicht zu verkennen, denn ich ließ es eigens anfertigen. Und deshalb wollte sie kein anderes tragen. Wo hast du es her, Kind? Sag es mir geschwind. Das nahm man meiner Mutter vom Hals ab, nachdem sie gestorben war. Die Pflegeeltern hoben es auf, und ich erhielt es erst vor zwei Jahren. Deiner Mutter? Deiner toten Mutter? Die eben gehörte Geschichte zog an des Herrn Gedächtnis vorüber. Sie hatte ihn so seltsam ergriffen. Deine Mutter? Wer war sie? Oh, mein Gott! stammelte er. Könnte es möglich sein? Doch nein. Herr, wir sind angelangt, unterbrach ihn der Gondolier. Dort ist das Gasthaus. Für Beppo werde ich schon irgendwo andere Kleider herbekommen. Nein, Beppo geht mit uns. Ich muss noch vieles von ihm hören. Oh, mein Gott, sollte ich endlich am Ziel meiner Wünsche stehen? Am Abend desselben Tages saß Beppo schön gekleidet, wie er es noch nie gewesen war, im Gasthaus an der Riva in Venedig. Neben ihm befand sich der Herr, welcher nicht müde wurde, den Knaben auszufragen. Es stimmt alles, auch die zwei Buchstaben im Hochzeitsring. Ich kann nicht länger zweifeln, sagte er endlich. Auf wunderbare Weise hat uns Gott zusammengeführt, als ich gerade die Hoffnung aufgegeben hatte, dass mein heißer Wunsch sich je erfüllen könne. Freilich. Deine Mutter ist nicht hier. An ihr werde ich das begangene Unrecht nicht wieder gut machen können, fuhr er mit zitternden Lippen fort. Aber alle Liebe, welche ich für sie fühlte, soll auf dich, ihr einziges Kind übertragen werden. Beppo begriff das alles nicht. Er glaubte überhaupt, seit einigen Stunden zu träumen. In seinem bisherigen stillen Leben war noch nie so etwas vorgekommen. Es klang wie ein Feenmärchen. Wie ist das möglich? fragte er. Du hast recht, Kind, ich muss es dir erklären, so schwer es mir auch wird. Deine Mutter und ich waren Weisen. Wir besaßen niemanden in der weiten Welt als einander, denn unsere Großmutter, welche uns aufgenommen, war eine harte, kalte Frau, die nie ein Wort der Liebe für uns hatte. Wir beide hingen aneinander. Oh, ich kann dir es jetzt nicht beschreiben, wie innig wir uns zugetan waren, denn es schneidet mir fast das Herz ab, wenn ich bedenke, was seitdem geschehen ist. Deine Mutter war viel jünger als ich und noch nicht erwachsen, als ich mich verheiratete. In den ersten Jahren lebten meine Frau und ich in Deutschland. Wir sahen deine Mutter oft und als die Großmutter starb, zog meine Schwester zu uns ins Haus. Vom ersten Augenblick an hatte Anna sich mit meiner Frau nie gut vertragen. Wer schuld war, weiß Gott allein. Ich glaube, dass in beiden Herzen sich die Eifersucht meinetwegen regte. Ich erinnere mich, dass deine Mutter oft Frieden zu stiften versuchte. Doch nun ist meine Frau tot und wir wollen nicht weiter davon sprechen. Eines Tages kam es zu einem Streit zwischen ihnen. Ich trat auf die Seite meiner Frau. Anna und ich sagten uns gegenseitig bittere Worte. Oh, mein Kind, wie sollte sich der Mensch davor hüten, unversöhnlich zu sein. Wir können nie wissen, ob uns wieder die Gelegenheit im Leben geboten wird, das gut zu machen, was wir an anderen gefehlt haben. Anna verließ unser Haus und zog zu einer Freundin. Bald nachher reiste ich mit meiner Familie nach Südamerika ab, wo ich eine große Besitzung geerbt hatte. Ich glaubte Anna ganz im Unrecht und wollte sogleich den ersten Schritt nicht tun. Sie sollte zu mir kommen, meinte ich. Zufällig hörte ich, dass sie sich kurze Zeit darauf mit einem englischen Offizier verheiratet und diesen nach Indien begleitet habe. Ich glaubte sie glücklich und zürnte ihr, weil sie es nicht einmal für der Mühe wert gehalten hatte, mir ihre Hochzeit anzuzeigen. Vor zwei Jahren kehrte ich nach Deutschland zurück. Ich hatte meine Frau verloren und wollte meine drei Kinder nach dem Vaterland bringen, um sie dort erziehen zu lassen. Bei der Rückkehr in die Heimat regte sich allmählich in meiner Brust der Wunsch, Näheres über meine Schwester zu hören. Keiner wusste etwas. Ihre Freundinnen hatten seit langen Jahren nichts mehr von ihr vernommen, und da auf die vielen Anfragen keine Antwort kam, glaubten sie, Anna habe sie in ihrem Glück vergessen. Ich schrieb nach Indien und als auch dieses nichts nützte, sandte ich einen Brief an die Militärbehörden. Von ihnen vernahm ich, dass mein Schwager, der Hauptmann, vor mehreren Jahren plötzlich gestorben und dass dessen Frau bald darauf nach Europa abgereist sei. Weiter wusste man nichts. Was nun tun? Jetzt, da meine Schwester verloren schien, erwachte meine Liebe für sie mit der früheren Stärke und ich beurteilte ihr Betragen ganz anders. Ja, ich musste mir, nachdem ich vieles aufgeklärt, gestehen, dass ich ihr großes Unrecht getan hatte. Nun, da es zu spät war, würde ich alles darum gegeben haben, wenn ich ihr hätte Abbitte tun können. Seitdem suche ich sie fortwährend. Ich reiste sogar in die Stadt, wohin sie von Indien aus ihre Passage nahm. Es war nutzlos. Sie schien von der Erde verschwunden zu sein. Ich konnte nur erfahren, dass sie dort mit dem Schiff glücklich angekommen war. Ich gab an vielen Orten der Polizei Auftrag, Nachforschungen zu machen. Lange Zeit hörte ich nichts. Bis vor ein paar Monaten ich die Nachricht erhielt, dass eine Dame zu der und der von mir gegebenen Beschreibung ähnlich von einem italienischen Hafen aus nach Venedig abgereist sei. Ich besann mich nicht lange, brachte meine beiden Knaben in einer Schule unter und reiste mit Elsa und dem Fräulein her, sobald ich nur konnte, um mich an Ort und Stelle selber nach der Vermissten umzusehen. Ich kam mit neu erwachten Hoffnungen in Venedig an, aber endlich sollte ich wieder mutlos werden. Da brachte Gott uns mit dir zusammen, mein Junge. Aller Wahrscheinlichkeit nach wollte deine arme Mutter nach Deutschland reisen, wo sie wenigstens noch Freunde besaß. Ihr Mann war wie sie ein Weise gewesen und das einzige Kind seiner Eltern. Es lebten auch von jener Seite keine Verwandten, an welche sie sich hätte wenden können. Auf irgendeine Art muss sie sich von ihrem Gepäck getrennt und es verloren haben. Was aus diesem wurde, werden wir wohl nie erfahren. Doch das soll mich nicht kümmern. Ich danke Gott inbrünstig, dass ich dich wenigstens gefunden habe. Du sollst hinfort meinem Herzen ebenso nahe sein, wie die eigenen Lieblinge. Oh, es ist schrecklich, wenn man bedenkt, dass du, das Kind meiner Schwester, seit zwei Jahren ohne Obdach warst, jedem Wetter ausgesetzt, dass du so viele Entbehrungen erdulden musstest, dass es dir so schlecht erging. Mein Herr, unterbrach ihn Beppo rasch, mir erging es gar nicht schlecht, mir fehlte nichts, Gott hat schön für mich gesorgt. Ich hatte niemanden auf der Erde, der mir etwas gab, aber ich bekam alles von ihm, zur rechten Zeit war es immer da, und sogar das trockene Brot schmeckte mir köstlich, und dem Toni blieb etwas übrig. Der Onkel hatte gerührt seine Hand auf des neffens schwarzen Lockenkopf gelegt. Nachts hattest du aber ein gehartes Lager, mein Kind, sagte er, und eine Träne blitzte in seinem Auge. Das merkte ich nicht, abends war ich so müde, dass ich in einem Bett nicht hätte schöner schlafen können. Und Gott schien dort so viel näher, denn ehe ich abends die Augen schloss oder wenn ich sie morgens aufmachte, sah ich über mir den Himmel, wo er wohnt. Du sagtest aber selbst, es sei letzte Nacht recht kalt gewesen. Beppo nickte eifrig mit dem Kopf. Das ist wahr, sagte er. Als ich aufwachte, froh ich sehr. Aber dann dachte ich, der liebe Gott wird es nicht zu kalt werden lassen. Ich legte mich auf Toni und wir hielten einander warm. Sie sehen, es hat mir nichts geschadet. Der Onkel zog den Neffen an seine Brust. Du hast recht, mein Kind, antwortete er. Gott hilft immer. Je größer die Not, desto sicherer ist seine Hilfe. Wir brauchen uns nie zu fürchten. Von jetzt an sollst du nicht mehr Entbehrungen auszuhalten haben. In wenigen Tagen werden wir nach Deutschland abreisen. Ich habe mir da ein großes Gut gekauft, in der Nähe der Stadt, wo meine Söhne in die Schule gehen. Dort wird hinfort deine Heimat sein, und du sollst eine gute Erziehung erhalten. Ich soll von Venedig fortgehen? Was wird dann aus Toni werden? Aus Toni? wiederholte der Onkel gedehnt. Nun, für den Armen soll gesorgt werden. Der gute Mensch wird nicht zu kurz kommen. Soll Toni hier bleiben? Ja, natürlich, wie könnte das anders sein? Beppos Gesichtchen war sehr ernst geworden. Er stand eilig auf. Ich danke Ihnen, Herr, sagte er, dass Sie mich mitnehmen und mir so viel Gutes geben wollten. Aber ich muss hier bleiben, sagte er bestimmt. Toni kann ich nicht verlassen. Er hat so lange alles mit mir geteilt. Er kann ohne mich nicht leben. Der Onkel sah seinen Neffen unschlüssig an. Elsa war vor kurzem hereingeschlichen. Sie schmiegte sich nun an ihren kleinen Lebensretter an. Papa rief sie, ihre Händchen zusammenschlagend. Nimm doch auch Toni mit, der darf nicht mehr in der Kirchenpforte schlafen. Toni mitnehmen? Darauf hatte freilich der Onkel nicht gerechnet. Aber er sah Beppos entschlossenes Gesichtchen an. Lieber hätte der Knabe sich totschlagen lassen, als seinen Freund aufzugeben. Auf dem Gut wird man ihn schon unterbringen können, sprach der Herr vor sich hin, laut denkend. Da kann man ihn auch beschäftigen. Elsa klatschte frohlockend mit den Händchen. Siehst du, er darf mit, jauchzte sie. Darf er das wirklich? Gespannt mit angehaltenem Atem blickte Beppo den Herrn an. Dieser nickte lächelnd mit dem Kopf. Wenn du sagst, bitte lieber Onkel, dann wird es sich vielleicht einrichten lassen. Bitte, lieber Onkel. Und Beppos schwarze Augen strahlten verklärt, als der Herr seine Arme um ihn legte. Wird auch Antonio Venedig verlassen 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 frug der Onkel. Toni Venedig verlassen? Toni geht mit mir überall hin. Sollen wir ihn fragen? Er ist draußen auf dem Platz, rief Elsa aufgeregt. Ich will ihm winken. Ja, da stand er, seinen Blick unverwandt auf das Haus gerichtet. Er kam gerade dazu, als Beppo mit den anderen hinter der Haustür verschwand, und ihm war gar ängstlich, gar Verweis zumute. Er zeigte sich gleich bereit, der Einladung zu folgen. Antonio, redete ihn der Herr an, der Beppo geht mit fort, weit fort, er bleibt nicht mehr hier. Große Tränen stiegen in die wirren Augen und rollten an den braunen Wangen herab. Ihr braucht nicht so weinen, Antonio. Ihr sollt nicht von ihm getrennt werden, setzte der Herr tiefgerührt hinzu. Wollt ihr mit? Wollt ihr Beppo begleiten? Ob er wollte, ebenso gut hätte man den treuen Hund fragen können, ob er seinem Herrn zu folgen gedenke. Dem Beppo auf Schritt und Tritt nachzugehen, nur für ihn zu leben, zu seinen Füßen zu schlafen, das war sein einziger Täter geht auch mit, rief Elsa freudestrahlend. Nicht wahr, Papa? Täter darf auch mit. Der Herr nickte vergnügt mit dem Kopf. Ich zweifle nicht daran, dass ich die Erlaubnis dazu erhalte. Täter auch. Nun war alles recht. Venedig Das schöne Venedig liebte er als seine Heimat. Es musste ihm schwer werden, sich davon zu trennen. Aber wohin er auch ging. Sein Gott war ihm überall nah und die zwei Freunde blieben bei ihm. Ja, nun war alles recht. Antonio hat nie Heimweh nach dem fernen Süden bekommen. Er fühlt sich im Norden vollkommen glücklich. Die einzig trüben Stunden, welche er kennt, sind die, wenn Beppo in der Schule ist. Desto heller leuchtet aber sein Gesicht, wenn dieser nach Hause zurückgekehrt, seine Aufgaben macht. Mäuschenstille sitzt Toni als dann da und stört die Arbeit nie, denn es ist ihm Freude genug, den Liebling nur ansehen zu dürfen. Nachts schläft er in einem kleinen Zimmer neben Beppos. Er gewöhnt sich allmählich daran, unter einem Dach zu wohnen. Geistig hat der junge Mann große Fortschritte gemacht, denn der Vater seines Freundes gibt sich undenkliche Mühe, ihn zu erziehen. Im Garten arbeitet Antonio immer während Beppos Abwesenheit, mit zunehmender Freude und froh lacht er, wenn sein Herr ihn als dann lobt. Auch Tether zeigte gegen alles Erwarten keine Sehnsucht heimwärts, dem Süden entgegen zu fliegen. Über Beppos Zimmer hatte sie ihr Häuschen im Dach. In dem Nest dort lagen zwei weiße Eier, auf welchen sie unermüdlich sitzt. Bald werden die Jungen auskriechen. Gespannt wartet Antonio darauf. Tagtäglich schleicht er mehrmals hinauf, um nachzusehen, ob das große Ereignis noch nicht stattgefunden hat. Er scheint zu glauben, dass dieses als dann die Mutter feste an die neue Heimat fesseln wird, sodass sie nie daran denken kann, ihre zwei Freunde zu verlassen. die sind die Untertitelung. BR 2018